So, warte, jetzt aber! Hey! Willkommen zu meinem 24-Stunden-Experiment. Ich werde heute versuchen, meine Steam-Bibliothek durchzuspielen. Ich hab mich gefragt! Ich hab mich heute gefragt, wie viele Spiele kann ich spielen, bis ich dahin schmelze. Bis meine Hände abfallen. Ja, heute spiele ich eine neue Minecraft-Challenge. Ich habe mir einen Elektroschocker installiert, der mich jedes Mal, wenn ich ein bisschen Schaden bekomme in Minecraft, mein Bein pulverisiert. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Like da. Ich hab viermal TNT an meinem Bein geschnürt, was explodiert, wenn ich nur einmal sterbe. Währenddessen werde ich meine komplette Steam-Library durchspielen. Heute habe ich mir bunte Minecraft-Potions in Real Life gebraut. Von Poison bis Instant Damage ist alles dabei. Dieser goldene Apfel starrt aus dem Jahr 1312. Ich werde ihn heute live essen. Oh Mann, ey.